moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von baldur skate 3 wir sind dem ältesten gehirn begegnet was sich jetzt weiterentwickelt hat zu einem nässer hirn und deswegen konnten wir es nicht unterjochen mit den nässer steinen die wir ja von den drei kontrahenten bekommen haben ja wir müssen gucken wie es weitergeht jetzt hier wieder runter kommen am besten so ich hoffe die anderen kommentare her das sieht gut aus so und wir hätten noch mal die möglichkeit hier tatsächlich jetzt orpheus zu befreien wollen wir mal mit dem imperator zuerst sprechen ich habe unser encounter mit dem netherbrain von jedem angle i know why we failed the problem was not the stones the problem was you you can make only one move at a time but the netherbrain calculates every possible at once it knows what you will do it knows everything you could possibly do you cannot outmaneuver it to defeat it you would have to think like an anithid better yet better yet better yet be one your mind is not capable of this mine is you will give the stones to me i will assimilate orpheus and then i will be able to leave this prison to face the brain assimilate him assimilate him assimilate him as far we must drive a blade through the foul prince's belly if you kill orpheus now you will doom yourself to be the netherbrain strong you cannot approach the brain without the prince's protection i can consume his thoughts his knowledge his brain his powers the process would kill him the traitor prince dead at last my queen's mission fulfilled no i will not accept it this cannot be the only way vlaketh will provide is this not the outcome your queen wanted lazel her reward will be yours for the taking the prince will be dead and we will still stand a chance against the netherbrain now give me the stones in theory yes you have embraced transformation so far but this would be a complete evolution and you will be an illicit for the rest of your days is this really something you would be willing to accept? wow why should you be the one to make the sacrifice? you could let someone else take the fall? or give the stones to the emperor? and when the moment comes kill it and take control before you decide, let us speak ok, we could no more with lisae sprechen power will see us through one not time the choice before is clear as a varathin psychords inescapable as the expanse of wild space itself smash the crystals with the orphic hammer once the fell prince is free will strike him down the age of vlaketh will last eternal killing orpheus would leave you without his protection you would be dooming yourself to be the netherbrain's thrall but within the recesses of your mind another possibility sparks you might break orpheus free with the hammer and ally with him together you might defeat the netherbrain afterwards Layzell can strike down, prince orpheus flaketh spitting will be done it's lost that's also a possibility we could be able to connect with him so no one of us must be an illicit and we don't have to give the stones to the emperor because we don't trust him we don't really really this may be our last challenge to defeat the brain that's already not worked okay we should do it like that i trust you have aired opinions and grievances and made your decision are you ready to become a mindflayer after everything i've done for you i thought you understood the value of your freedom when you destroyed the contract that bound you to deliver the crown but now you insist on freeing the githyanki and risking everything we work towards i told you the githyanki would only want to kill you for what you are still you choose to break our alliance i had hoped for better but i can't say i'm surprised it was always in your nature to give into temptation very well since you will not work with me you work against me you leave me no option but to join with the netherbrain haha haha okay he closes the netherbrain that's pretty cool that's pretty cool we can free all things we can free all things i'm sure he'll be thrilled we're bringing him okay then we use the hammer now I'm sure I do not know I still have a way I don't know this is the other one i'm sure we must waste no more time the traitor prince free it is time he paid penance for his crimes against my people ja okay hier müssen wir den doch anlegen und dann mit der kugel interagieren wir haben dann noch mal drauf okay wir müssen hier auf diese dinge oder genau alles klar dann haben wir das getan als der githyanki prince takes his blade a silent cry pierces your head it's unlike any sensation you've ever felt you freak of illithid you stole an unborn hatchling from my people and you slaughtered my honor guard nonetheless it seems we must be allies the traitor prince vlakitz would be usurper speaking with him is pointless he knows only the language of gay heresy make no mistake were it not for our common goal i would strangle you where you stand your very existence tests my self restraint i will neither forgive nor forget your abuse of my powers ich habe euch nur befreit um euch töten zu können das sagen wir erst mal noch nicht ich hatte keine wahl ohne eure kräfte wäre ich gestorben lasst das schmollen ihr seid doch frei oder nicht ich hätte zu frei viel schneller du hast die opportunity zu überreffen dir zu meinem honor guard sie würden dir eine noble ende irgendwelche 指iven ich sie 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 Und ich würde das älteres Gehirn stoppen, bevor es in ein anderes Gehirn verhörte. All diese Führung. Gehörbar. Wäre es nicht für die Auswahl, die du gemacht hast. Okay. Ihr habt viel durchgemacht, daher ignoriere ich das. Habt ihr eine Idee, wie ihr das Gehirn aufhalten wollt? Ja, ich glaube. Der Gehirn war richtig über eine Sache. Die Kraft der Niederbräne ist außerhalb uns. Der schwerste Metall im Weltall wird nicht durch seine Gehirn verhörtert, denn es ist von der Gedanken selbst. An diesem Punkt, wir nehmen einen Elifid um den vollen Potenzial des Niederstums. Ich habe genug gehört. Meine Queen fragt deine Kopf. Es ist Zeit, ich nehme es. Okay, ähm... Jemand muss sich in eine Gedankenschwender verwandeln. Seid ihr dazu bereit? Also, ich bin frei. Ich werde das machen. Ich werde... ...Illifid werden. Ich werde ich mein Gehirn für meine Leute verwandeln. Ich werde das Grandes Design enden. Ich werde das Gehirn für die Gehirn für die Gehirn verhörtert werden. Und es wird das Gehirn für die Gehirn verhörtert werden. Und so muss es sein. Meine Mission ist eternisch. Immutable. Unser Weg endet hier, K'choki. Auf diesem Tag, Gith's Son, wird bei meinen Händen verhörtert werden. Wir brauchen Orpheus' Schutz. Ihr könnt ihn töten, wenn das Nässehirn tot ist. Ich verspreche es euch. Ein Moment passen. Und du fühlst Laizelle relent. Orpheus. Rotten Seed von Great Mother Gith. Schade des Empires. Keine Sicht macht mich sicherer. Keine Name kindles such rage. Wenn ich die Nässehirn für den Nässehirn und den großen Design, es scheint, ich muss dich anwurte. Aber ich werde dich nicht anwurte, mein Prinz. Dann haben wir nichts zu diskutieren. Disziplin von Flakith. Insofern, witness die Sight of true Sacrifice. The Nether-Brain wird nur zufrieden. Ich verspreche mich. Selbst in meinen Schmerzen, ich wusste, dass es mein Bestand zu retten, zu retten meine Leute zu retten. Ich hätte nie gedacht, auch er ist ein Gedankenschinder geworden. All to wield these. Let's us seek out the Nether-Brain and finish this. Once the grand design is ended, kill me. It is the very least you can do. Okay, hammer. Aber wir haben leider die Nesersteine abgeben müssen. Dann gehen wir mal los. Let's begin. June meinen Schmerzen eins PERMANT linz. Wir haben heute das Sache, und ganz in der Strandtild mit Schmerzen. Was ist das Ganze bei Wester? Oder wei ein تم, haben wir hierhin. so wir nehmen wieder unser pack gebundene schwer natürlich falls wir mal im nahkampf angreifen müssen wir haben viel verloren und wir verlieren noch mehr bevor der day ist aber auch wenn der letzte soul falls boulders gate wird für boulders gate ist mehr denn ist Es ist nur eine Stadt. Es ist mehr als ein Ort für die Menschen der Gefahr. Mehr als ein Ort für die Menschen verloren. Mehr als ein Haus für Freunde, lieben Menschen und die Menschen auswählen. Baldur's Gate ist ein Ort, wo jeder kann was sie brauchen, wenn sie nur bereit sind, um es zu kämpfen. Heute, Baldur's Gate braucht uns. Heute, wir kämpfen für... Moin. Du bist bald, Freundin. Das ist derjenige, du sprachst. Derjenige. Derjenige. Derjenige, den wir warten. Derjenige, der will save Baldur's Gate aus der Ruhe. Der Fist examiniert deine Illithid-Allei mit der Angst. Er war nicht der Saviour von Baldur's Gate mit einer Mindflare. Der Fist-Allei. 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 zu verbündete rufen deine verbündeten haben sich verpflichtet dir zu helfen kannst im kampf mithilfe der schallfläche herrn wir sie dann da sonst man nicht auch nicht hier alles klar okay ja wir haben hier wohl noch ein paar händler mal gucken was sie vielleicht haben ihr wisst dass bei den russisch last steigt oder ok da zeigt mal was ihr habt wir können noch ein paar tränke kaufen im schlaf ich nicht verkehrt die dinger und der pause so das war der eine händler und lazarus noch mal mit denen sprechen vielleicht ich bin glücklich dass du hier bist die Illithid auch doch es wird ein bisschen verwendet hab courage my friend your victory is assured come on speeches are done all that's left is the doing today we take back the city bodies upon bodies filled with unspilt blood lead us into slaughter chosen one we shall do unholy service in your father's name okay these boots have seen everything oder weiß brand diener die frage ist wo müssen wir hin hier schon mal nicht natürlich versuchen zu schleichen etwas der mordgott beibeck wohlwund auf seine auserwählte hat das betäubende blick wirken für einen kritischen treffer bei einem anderes wurf für die zu die zu tun so viel okay ach guck mal hier oben können wir uns noch mal heilen ihr lauft in die falsche richtung das ist mindflare 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 it's over there's a glimmer of something beyond his words but in a moment it's gone consumed with fear one last run die goblin krieger sind auch hier am start so irgendwo ist der iris ziel hier oben was haben wir denn dafür welche adepte absoluten wir schleichen uns mal rein und wird er noch irgendwie anders hoch ist nicht so aus wir gehen mal mit astarion voran wir gehen mal mit astarion voran ich will mal erst mal den gedanken schinner weg ist er ok 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 Der wäre auch weg. Mit den anderen beiden versuchen wir mal nach oben zu kommen. Wo gibt es denn hier Leitern oder sowas? Oder wir müssen springen. Ich gucke gerade wie wir nach oben kommen am besten. Ja die müssen auf jeden Fall hoch. Das ist klar. Verbündete können wir rufen. Ich schwöre zwei Elite Assassinen Söldner. Aus den Reihen der Gilde. Ok. Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir so zurecht. Wow. Der ist schon gut reingehauen. Könntest du in Beflügel der Haken stecken? Na Mensch. Kasus Zwang. Fokussiere der Magie der Steine um die Krone von Kasus zu kontrollieren und das Nesseren zu beherrschen. Ok. Das ist nicht so gut da sind die anderen mit drin. Gedankenschlag. Ja genau das wollte ich erreichen. Dann kannst du noch einmal so drauf hauen. So du wirst keine Aktion mehr. Weg ist unterbrochen. Wie kommen wir denn da hoch? Wir können fliegen. Okay. Oh nein. Oh nein. Und rauf da. So haben wir hier noch jemanden? Nö. Der Rest ist da drüben bei. Gehen wir mal so ein bisschen in Deckung hier. Irgendwie treffen wir die von hier außen nicht. Da ist leider diese Mauer im Weg. Ziel aus der Sichtweite. Nicht genug Bewegungsrate. Schwierig. 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 Und komm mal hoch. Schau. Schau. Schau mal wieder." Schau mal auf. Damit wären die beiden schon mal ausgeschaltet. Ja, nützt ja nichts. Betäubender Blick. Betäubt, sehr gut. Hm, wie kommen wir da hin, wie kommen wir da hin? Machen wir mal erstmal so. Ziel ist zu weit entfernt. Zieht auch nichts mit. Äh, kommen wir nicht ran. Ok. Ja, brauchen wir glaube ich nicht extra bezaubern. Machen nicht so viel Schaden. Das ist auf jeden Fall nicht so wild. Wo ist er denn eigentlich? Ach, da steht noch einer. Ja, da ist auch ein Wober mit dabei. Alles klar. So, damit können wir hier auf jeden Fall ein bisschen den auf die Muster hauen. Sehr gut. Der Gedankenschinder muss weg. Der ist glaube ich ein bisschen mächtiger. Wunderbar. Dann machen wir nochmal so. Sehr gut. Die Durchwolke kann weg. Und wir fliegen in die Richtung. Mal sehen, was hat er denn? Stärke. Wunderbar. Wunderbar. Der ist direkt umgefallen. Die kommen jetzt natürlich auch noch dazu hier. Die sind aber wiederum schon bunten. So, den müssen wir auch noch aufschalten. Ah, verdammt. Schade. Einen Treffepunkt hat er noch. Was ist denn da schon wieder passiert? Okay, springen hat nicht geklappt. Und LeSel liebt. Ja, schade. Sehr gut. Sehr gut. Da kommen immer mehr Gegner dazu. Was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. Der Weg ist unterbrochen. Du stehst da auch ein bisschen blöd. Ich glaube das ist der ausgeschaltet. Ich glaube das ist der ausgeschaltet. Höchst du jetzt? Ja? Ach, okay. Gut Leute. Wir beenden die Folge mal an dieser Stelle und machen genau hier weiter in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lass auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.